hallo wir kommen zu unserer nächsten zuschauer frage gib mal die fax wir müssen uns erstmal entschuldigen wir waren lange nicht mit euch hier in internet guck mal meine kinder in afrika sie haben problem gemacht ich musste hingehen und mit alle schimpfen man war meine 40 kinder das hat lange gedauert deswegen waren wir lange nicht da so viele probleme so viele probleme ist sogar gewachsen okay aber kommen wir nun zu unserer frage kerstin l aus berlin ja ja du hast geguckt ja kerstin l aus berlin sie fragt ich bin gespannt sie fragen ich bin gespannt warum singen afrikanische männer immer im sopran obwohl sie so schöne männliche stimmen haben das kerstin l das stimmt das stimmt gar nicht wir reden ja wir singen ja alle Ich stehe in Höhe. Habe unten, rechts, rechts, hinten. Siehst du? Tema runter. Höhe! 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 Siehst du Kerstin? Aber ich erkläre dir was. Bruder! Siehst du? Bist du okay? Ja, gehts gut. Okay. Bruder, ich erkläre Kerstin jetzt, warum wir immer oben sind. Ich erkläre. Kerstin, hör zu. In Afrika haben wir Dschungel. Im Dschungel haben wir Löwe. Elefante. Gorilla. Und ein Löwe. Ein Löwe. Ein Löwe? Wie macht ein Löwe? Wie macht ein Elefant? Pöre! Wie macht ein Gorilla? Warte, warte, warte. Ich bring mal den richtigen Sound hier in meine Smartphone. Warte, 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 warte. Löwe, jetzt, Löwe! Hast du gehört zu? Guck mal. Siehst du? Warte, Elefante. Siehst du? Und jetzt bringe ich die Gorilla. Siehst du? Guck mal, wenn mein Bruder jetzt mit mir redet, sag mal was, aber unten. Und ich spiele die Dinger. Siehst du, du kannst gar nichts verstehen. Ich weiß nicht, was er gerillt hat. Aber jetzt machen wir die gleiche und er ist oben. Warte, und jetzt? Guck mal, 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 guck mal! Hä? Jetzt verstehst du? Untertitelung des ZDF für funk, 2017